Einen wunderschönen guten Morgen. Ausgedruckte Fotos digitalisieren. Ich schiebe diesen Job jetzt schon viele Jahre vor mir her. Perfektion ist bekanntlich der Feind des Anfangs. Und die Ausreden fallen leicht. Es gibt so viele Optionen, das Maximum an Qualität beim Einscannen von alten Bildern rauszuholen. Und das lähmt. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, dass die Kamera und die Software, die ich bereits besitze, zusammen ausreichend gute Ergebnisse produzieren.